Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich habe mir eine Gruppe Hyphesuprikon Prokion zugelegt. War so ein Zufallskauf, habe ich im Geschäft gesehen. Relativ neue Art und ich habe die mal spaßeshalber direkt in den Kaibecken angesetzt zur Zucht. Das Wasser leicht sauer mit Torf und Erlzähpfchen und ein bisschen Seemandelbaumblättern. Also bei 6,5 war ich jetzt die Zeit. Und nach guten vier Tagen konnte ich schon die ersten Larven im Keil sehen. Die habe ich dann abgesaugt und in so einen Einhängekasten getan. Und da sieht man jetzt, wenn man genau hinguckt, hinten da klebt eine und es kleben noch weitere auf dem Boden. Und also da ist schon einiges an Larven drin, die da hinten konnte man jetzt gut filmen und gut erkennen. Ja, da auf dem Boden sind auch welche, die man jetzt aber auf dem Video nicht so gut sieht. Ich habe nochmal gleich eine Handyaufnahme, wie die im Keil waren. Da sieht man es, wenn man jetzt genau hinguckt, in der Mitte. Da klebt es an der Scheibe. Da sieht man das schwarze Auge. Ja, und dann kommen wir jetzt noch einmal zu den Apistogramma Rosiete. Da ist das Männchen jetzt mittlerweile auch da. Da hinten ist es. Es ist seit zwei Tagen da. Noch ein bisschen Scheu. Da vorne ist das wunderschöne Weibchen. Ich finde die Färbung und die Zeichnung wirklich wunderschön. Und da hinten steht dann jetzt endlich auch das passende Männchen. Und dann hoffe ich, dass da vielleicht auch sich Nachwuchs bald einstellt. Auf jeden Fall ein richtig hübsches Männchen. Das ist ein Wildfangtier, so wie das Weibchen auch. Und ja, ich freue mich. Dann habe ich noch ein kleines Update zu den Apistogramma Geneva. Ja, die Jungtiere, die mittlerweile, ich meine, jetzt schon zweieinhalb Monate auf jeden Fall alt sind. Könnten auch schon knappe drei sein. Ja, die wachsen relativ langsam, aber schauen gut aus. Ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.